Hallo zusammen, hier ist wieder Ocela und heute bin ich hier für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rare Guide präsentieren. Heute geht es um einen Rare, den wir für das Meta-Achievement aus Nasiata brauchen, und zwar Nur Rares ist Wahres. Und hier wollen wir uns heute den Rare anschauen, Gezeitenlord Dispersius, und diesen finden wir bei den Koordinaten 58, 26, einmal hier auf der Map gezeigt, hier unten, und den können wir dadurch beschwören, dass wir hier diese Nagatussen umhauen, die hier auf die Orb casten, und dann besteht eine relativ kleine Chance, ich schätze mal unter 5%, dass der Rare Mob spawnt. Wenn wir die jetzt umhauen, gibt es quasi immer einen Spawn, wenn dann spawnt halt so ein normales Elementar, oder ein Elite-Elementar besser gesagt, oder es kann der Rare spawnen. Bei mir hat es, glaube ich, 15, 20 Anläufe gebraucht, bis der Rare kam. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. LOL. Okay. Hm, da hat man wohl Glück gehabt. Erst gleich für die Aufnahme direkt der Rare gespawnt. Also, das war jetzt lucky. Bei euch wird es wahrscheinlich nicht so laufen, dass ihr hier rangeht und direkt den Rare kriegt. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht hier einfach ins Tool rein, joint bei einer Nasiata-Gruppe und haut halt so lange die um, bis euch der richtige Rare spawnt. Und ihr halt nicht so niente, was er im Elementar hat. Ich hatte jetzt hier anscheinend gerade Glück. Wir können ihn umhauen und haben dann quasi wieder einen Haken mehr fürs Achievement. Ich bin natürlich hier schon durch, aber das war einer von den letzten, die mir noch gefehlt haben. Und ich dachte mir, vielleicht braucht ihn der eine oder andere von euch auch noch. Genau. Das war es dann soweit mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Jellar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.